Hallo aus Hannover. Heute grüße ich Sie und Euch herzlich aus der Quarantäne, also zwangsweise einmal ganz privat. Wir befinden uns ja in der Vorbereitung der Bibeltage. Da sollen alle Interessierten auch Planungssicherheit haben und wissen, wie hier vor Ort der Stand der Dinge ist. Deshalb diese kurze persönliche Information. Nachdem meine Frau und ich zum Wochenende deutliche Erkältungssymptome bekam, blieb ich ja am Sonntag zu Hause und ging nicht auf die Kanzel und dann ließen wir gleich am Montag einen PCR-Test machen, der positiv ausfiel. Die bekannte Folge Quarantäne. Unter normalen Umständen wäre das, zugegeben, kein Grund für ein Video, auch kein Grund zur zwangsweisen Quarantäne. Eigentlich ist es ja eine Selbstverständlichkeit, dass jemand mit entsprechenden Symptomen auf die anderen Rücksicht nimmt und sich zurückhält. So haben wir das von Anfang an auch deutlich gemacht. Dieses Video ist nun also ein weiteres Indiz dafür, dass unsere Lage in Deutschland im September 2021 immer noch lange nicht normal ist. Die Gründe dafür, davon sind wir überzeugt, sind nicht medizinischer, sondern politischer Natur. Zum Beleg haben wir nochmal eine geballte Ladung mit medizinischen Informationen als Datei hier verlinkt. Wir haben zu keinem Zeitpunkt bestritten, dass es durchaus schwere Verläufe geben kann. Die Zahlen belegen aber, dass es sich dabei um Ausnahmen handelt und dass die klassischen Gefährdungsgruppen klar zu definieren und zu schützen sind. Als Christen wissen wir uns ohnehin in jeder Situation davon abhängig, dass Gott uns schützt und wir sind dankbar für alle Fürbitte. Unser persönlicher Verlauf war von den Symptomen her wie bei einer normalen Grippe. Inzwischen sind wir deutlich auf dem Weg der Genesung und auch sehr dankbar dafür. Und zu den Bibeltagen dürfen wir dann wieder als freie Menschen auf die Öffentlichkeit gewissermaßen losgelassen werden. Nun, normal ist diese Gängelung nicht mehr. Schauen wir zum Beispiel nach Dänemark, wo man das Pandemie-Regime offiziell beendet hat und die Verantwortung endlich in die Hände der Bürger zurücklegt. Mündige Bürger können auf sich und ihre Kinder selbst aufpassen und sollten auch wissen, was sie sich zumuten können und dass sie auch darauf achten, andere nicht fahrlässig anzustecken. Die Deutschen sind nicht dümmer als die Dän. Wir brauchen keinen Vaterstaat als Aufpasser und Erzieher, zumal der Staat seinen Versagen ja in den letzten Monaten oft genug unter Beweis gestellt hat. Erst recht aber dürfen wir nicht zulassen, dass der Staat darüber entscheidet, wer an unseren Gottesdiensten teilnehmen darf. Der Gottesdienst ist der zentrale Ort, wo Gott sich in seinem Wort finden lässt. Und deshalb muss der Gottesdienst barrierefrei bleiben. Auch dafür gilt, was Jesus Christus gesagt hat in Matthäus 11, kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Frieden geben. Jesus hat nicht gesagt, kommt her zu mir, alle die ihr geimpft oder getestet oder genesen seid, ich will euch Frieden geben. Das wäre undenkbar. Ja, aber könnte es nicht passieren, fragt dann mancher, dass jemand seine Viren in den Gottesdienst mitbringt? Also erstmal setzen wir ja auf mündige Rücksichtnahmen, wie oben schon gesagt. Und im Übrigen bietet doch auch ein Test keinen völligen Schutz. Was, wenn der Test bei jemandem nicht richtig ausschlägt? Und was ist mit den anderen Viren, nach denen der Test gar nicht erst sucht? Na, dann sagen andere vielleicht, okay, Tests reichen nicht. Wenn alle nur noch geimpft zum Gottesdienst kommen würden, dann hätten wir endlich Sicherheit. Inzwischen ist aber als Tatsache erwiesen, dass die Gruppe der Geimpften das Virus ja genauso übertragen kann und die müssten nach der Regelung ja dann nicht mal getestet werden. Und ferner ist belegt, dass auch mehrfach Geimpfte an Corona erkranken können. Wir sehen also, weder Impfung noch Testung können uns vollständig vor Corona schützen. Im Übrigen wird niemand gezwungen, sich dem Risiko eines Gottesdienstes auszusetzen. Wer will, kann sich ja immer für den Livestream entscheiden. Aber es ist theologisch nicht zu verantworten, die vermeintliche Keimfreiheit zur Vorbedingung des Gottesdienstes zu machen. Das wäre so, als ob man ein neues Bekenntnis erfinden würde, nach dem Motto, die Congregatio Sanctorum, also die Versammlung der Gläubigen, wird konstituiert durch das Wort Gottes, durch das Abendmahl und durch eine nachgewiesen keimfreie Luft oder virenfreie Luft. Theologisch gesprochen wäre das Heresie, also krasse Irrlehre. Und deshalb hat die Gemeinde den Auftrag, ihren Gottesdienst vor allen menschlichen Barrieren, vor allen Zusatzforderungen zu schützen und freizuhalten. Nur so kann sie ihrem Herrn gehorsam bleiben. Bald mehr zu diesem Thema. Wir arbeiten mit anderen zusammen an einem Thesenpapier, das auch anderen Gemeinden helfen soll, ihre Gottesdienste gemäß dem Auftrag des Herrn weiterhin treu zu feiern. Wir tun dies getrost, weil wir wissen, alle, die an Christus als ihren persönlichen Herrn und Gott glauben, dürfen sicher sein, dass Gott sein Versprechen aus Psalm 55, Vers 23 hält, wo es heißt, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Der wird dich versorgen und er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Und deshalb möchte ich dieses Video mit zwei Fragen an Sie, liebe Hörer, beenden. Erstens, sind Sie sicher, dass Sie sagen können, Christus ist mein persönlicher Herr. Durch seinen Tod am Kreuz hat er den Preis für meine Schuld bezahlt. Er hat mich vor Gott gerecht gemacht. Deshalb weiß ich, ich bin Gottes Kind und habe Frieden mit ihm und die Gewissheit der Auferstehung. Das ist die erste Frage. Und die zweite? Wenn Sie das mit gutem Gewissen bekennen können, dann lautet die zweite Frage, wollen Sie Ihr Anliegen auf den Herrn werfen? Ja, willst du darauf vertrauen, dass er dich niemals wanken lässt? So lasst uns gemeinsam unser Anliegen auf den Herrn werfen, auch für unsere Gemeinden und für unsere Familien. Wir bleiben verbunden und sehen uns hoffentlich bald wieder, hier in diesem Kanal. Gott befohlen. Gott. 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 Gott.